Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir folgen jetzt Gavans Spur. Ich bin der Fangamer. Das hier ist Eloy. Und wir folgen jetzt der Spur. Verlassen hier die Siedlung. Brauchst du irgendwas Habra? Oh, da liegt einer drunter. Achso, repariert man. Achso. Stürmer Areal. Das tut mir eh nichts, oder? Wagerbein decken. Oh. Uh, sind doch gleich viele. Okay. 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 Tja, Stürmer könnte nicht, was? Wie okay wäre das? Da kriegt er meinen Schiff. Achtung! Ich glaub du willst was, ha? Aufmucken? Boah! So! Ja, ein kleines Aufeinandersetzt, aufeinandersetzt, dass ich es rausbringe, ein kleines Aufeinandertreffen. Sind da raufgelaufen. Ja, schauen wir mal, wo man da überhaupt hingeht. Hat Gavan seine Freunde getroffen? Oder seine Feinde? Mir kann das wohl egal sein. Da vorne befindet sich ein Haus. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Schöne Landschaft, natürlich hier wieder schöne Natur. So, aufrüsten. Was ist das? Das steht hier immer noch rum. So, das war erledigt. Oh, so einer ist das. Oh. Da waren wir uns so übermütig. Da wäre ein Rückzug angebrachter gewesen. Hey, Freunde von dir, Gavan? Hey, was ist das da oben? Bam. Deine letzte Stunde hat beflogen. Was für ein Fail wieder. Einfach drauf losgestimmt. Einfach so. Leute, ich sag's euch. Eine quasi so einfache Aufgabe und man stellt sich so dumm an. Freunde von dir, Gavan? Feindbeschuss hat sich fast erwischt. Ich liebe diese Bomben. Ich liebe diese Bomben. Das wird jetzt richtig wehtun. So. Das hat richtig wehgetan. Aber den anderen diesmal. So, dritter Anlauf. Alle guten Dinge sind drei Leute. Oh, das können wir dich noch nehmen. Oh, das können wir dich noch nehmen. Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück. Gut. Diese Mission hat man hier jetzt gemeistert. Nein, hier gibt es nichts mehr zu holen. Aber jede Menge Inquests. Wir werden aber wieder zurückkehren. Banditenlager, Stufe 15. Achso, abgeschlossen. Ja, denke ich mal doch. Da war man ja schon. Jetzt fällt es mir wieder ein. Alle drei Ganoven zur Strecke gebracht oder zur Strecke gebracht worden. Ja, bei Horizon Zero Dawn. Ich wollte eigentlich eine andere Mission machen, aber da kommt man von einem ins andere. Und so kommt es, dass ich jetzt diese Missionen hier eingeschoben habe. Nicht mit der eigentlichen Hauptmission weitergemacht habe. Und wir haben ja schon wieder einige Aufgaben zugeteilt bekommen, die wir gerne annehmen. Und so sei es auch. So, Sonnenfels wird betreten. Darf man jetzt schon vielleicht zum Hauptdor rein? Ich habe noch nie das Brot mit deiner Fremden gebrochen. Nein, man darf nicht beim Haupteingang rein. Man muss beim Booteneingang rein. Vom Lieferanteneingang sozusagen. So. Das Karja Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh im Licht. So, wieder abgeschlossen. Ja, das ist eine etwas kürzere Folge jetzt. Ich werde sie beenden hier. Wie es weitergeht, werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Ich bin der Fanggeber. Das ist Horizon Zero Dawn. Macht's das gut. Bis dann und ciao. Ich bin der Fanggeber. Ich bin der Fanggeber.